Ich nehme Robert das Kind weg. Ich klage die Vormundschaft für meine Enkeltochter, meine Lieben. Ohne eine Portion Nervenkitzel macht das Leben aber keinen Spaß. Valentina ist mein Enkelkind. Ich hasse Werner. Ich hasse Werner und seine ganze Sippe. Ich will, dass sie leid, genauso wie ich gelitten habe, im Gefängnis. Verstehst du? Umgeziefer soll sie nun vernichten. Wenn diese kleine Rate auspackt, dann sind wir beide genügend. Ist dir das klar? Störe ich? Ich bin mir wieder in den Augen. Der arme Kerl war auch hier nicht immer gelähmlich. Ich kann sehr lastig. Ich bin mir hier dabei. Ich bin mir selbstlos. Es ist klar. Ich bin ein Schiff. Ich bin ein Schiff. Ich bin mir kränzend. Das ist ein sehr nachträgliches Ding. Unser Gast ist zum Auto-Check im Bereich. Das ist echt so ein Preis. Das ist echt so ein Preis.